Moin von Ohne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW BFA. Wir leveln mit Bourbine und ich hab irgendeine Pflanze in meinem Schuh. Nee, stand so lange rum, da wächst ein Pilz zwischen meinen Zähnen, Alter. Läuft auf jeden Fall. Liebe Leute, bevor wir anfangen, Shoutout geht raus an die gute Nami-Draws. Die gute Dame hat uns wunderschöne Grafiken gezaubert. Einmal zu Jochen, unserem Valkyren-Pad. Und einmal zu Bluteuter, meinem Main-Decay aktuell. Grüße an Chlor und Gnolde an dieser Stelle. Wollte ich euch gerne nochmal einblenden. Ziehen jetzt auch ein neues Kanal-Banner an mein Profilbild. Mega Dinger auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und wollte ich allen, die nicht auf Twitter oder Facebook folgen, ihr miesen Hunde, wollte ich euch natürlich auch hier im Video nicht vorenthalten. Grüße gehen raus, vielen Dank vorne. Wir machen weiter in Voldun, unsere mitletzten Quests hier heute. Ich bin wirklich ein bisschen in Love mit den Färbungen von dem T-Mog. Das sieht echt ganz gut aus am Panda, oder? Das ist, man hat auch nicht so einen ausschränkenden Hintern, irgendwie die Platte quetscht das alles so ein bisschen zusammen. Schon geile Sache, oder? T-Shirt, Opfergaben für den Loa. Es ist soweit, ihr müsst mit dem großen Loa-Irakano-Gimbul in Kontakt treten. Ich kann nur erahnen, wie es wohl sein muss, sich in der Gegenwart einer so alten und mächtigen Gottheit zu befinden. Ihr habt den Ring der Gezeiten erhalten, also müsst ihr es sein, der den Loa anruft. Achso, die den Loa anrufen, weil ich gerade sagen, ne? Was ist Ihr Gender oder was, meine Güte? Wird überreicht dem Loa diese Opfergabe im Namen unseres Stammes und berichtet ihm bitte auch von unseren Problemen mit dem Naga. Ja, und hier backt noch einen Kuchen, ne? Man kennt das, ja? Nehmen wir an, Attacke Hot Wheels. Aber toll, ne? Die lassen uns quasi für ihr Volk alles erarbeiten, damit sie sich dem Loa vorstellen können und machen dann aber auch nicht mal die Vorstellung selber. Also, ich als Loa würde sagen, so Fight Club-mäßig, ne? Ist es ein Problem zu fragen? Man kennt es ja. Das finde ich gerade ein bisschen strange. Ich meine, wäre jetzt scheiße aus Quest-Sicht zu sagen, jo, die nächsten 20 Quests übernehmen die NPCs, ja? Du kriegst deinen Erfolg nicht. Aber, oder? Das ist schon ein bisschen sehr seltsam. So, Mr. Kimbul. Schöne Narbe hat der Mann, ne? Bist du ein Mann? Naja, es bleibt ungelöst, liebe Leute. Kimbul, großer Loa. Diese Opfer bringt der Stamm der Tortaka da. Was sagst du, mein guter Herr? Ich habe Mitgefühl mit den Tortaka und ihrer Not gegen die Naga. Aber ich kann sie nicht beschützen. Danke. Vor Jahrhunderten wurde dieser Tempel vor den Naga angegriffen. Ich kam zu spät, um meine Anhänger zu retten. Ich jagte die übrigen Naga bis auf den Letzten. Keiner entkam meinem Zorn. Stabil. Aber als meine Pfandzähne das Herz ihrer Anführerin durchbohrten, verdammte sie die Seelen meiner Anhänger zu unendlichen Qualen. Fies. Nicht mal ihnen. Solange ihre Seelen leiden, kann ich keine neuen Anhänger annehmen. Die Ehre verbietet es mir. Okay, das ist krass. Das ist natürlich ein Grund, als Panda, sehen wir das natürlich, ne? Als Freund des Tierreichs. Das ist halt mega. Er kam zu spät, er hat schon mal verkackt, ja? Er hat seinen Schutz befohlen den Anhängern. Hat auch schon mal die Hilfe versagt, warum auch immer. Er kam zu spät, hat geschlafen, kam nicht von der Merkursonne weg, was weiß ich. Und brüll, Brudi, was los? Und dann hat er versucht, das Beste draus zu machen, Rache zu üben, so Avengers-mäßig, ne? Wenn wir die Welt nicht retten können, rächen wir sie eben. Und da hat die scheiß Hexe nicht mal ihn für bezahlen lassen, für das, was er verkackt hat, sondern wieder die Anhänger, Alter. Boah, das ist mies. Da würde ich mich auch in meinem Tempel verkriechen, ey. Es ist so viele Jahre her, seitdem ich Besucher in meinem Tempel hatte. Die würdig waren, den Ring der Gezeiten zu tragen. Ja, war der nicht sogar Epic bei uns? Nee, ne? Ist einfach nur blau, der gar Sadface. Vor hunderten von Jahren griff die Seehexe Mepilia mit einer Armee von Naga-Eindringling meinen Tempel an. Meine Anhänger kämpfen tapfer, aber ich kam zu spät, um sie zu retten. Die Naga bezwang ich mit einem Handstreich, aber als ich Mepilia verschlingen wollte, belegte sie die Geister meiner Anhänger mit einem Fluch, auf das sie auf ewig in einer Schlacht kämpfen, die sie nicht gewinnen können. Die Maske verleiht euch die Macht, das Geisterreich zu betreten und ihren Albtraum enden zu lassen. Besiegt den Geist von Mepilia, um den Fluch zu brechen. Das ist so ein Naga-Name, den werde ich noch tausendmal anders aussprechen, weil sowas wie P-J-I-L, Alter. Das ist einfach nichts für meine europäische Zunge, Brudis, ihr wisst. So, wir tragen eine Maske, das ist die Geister-Maske, wer hätte es gedacht, einwandfrei, bam. Schön, und wir sehen die Anhänger, damals Trolle, natürlich, ne, wer jetzt dachte, hm, was waren das jetzt für Anhänger, ne, irgendwelche Saboronne aus Drenor oder so, nein, das waren natürlich ganz normale Trolle, ne, ist ja auch letztendlich ein ganz normaler Loa. Apropos Loa, liebe Hasthorn-Freunde, ne, neues Add-on ist, glaube ich, auch da, wenn ich es richtig gesehen habe. Rastakans Rumble, ja, wunderbar, da geht es auch um Loa und so, ne, und da sind gefühlt die Alten, die wir aus Sulaman noch kennen, ne, hier so den Drachen, Falken und so ein Geschisse oder das Nashorn aus Gundrak und so, die sind teilweise heftiger als Wonsamdi und Co., ne, je nachdem, welches Deck man spielt. Ja, die sind einfach heftig, Mann, ja, das ist so richtig krass. Mal sehen, ob wir von denen noch mal was hören. Wir haben ja diese eine, naja, Quest, auch Weltquest, ne, im Hafen von Zandala, wo wir, oh. Weiß ich doch, Diggi. Der einzige Ausweg ist, den Geist von Mebjila zu töten. Mebjila, okay. Zwei Kräuter nebeneinander, Level ab 115, dank den Kräutern. Danke für nichts, einfach danke für nichts. Grüße gehen raus an alle Kräuterfarmer. Und da haben wir ja auch solche Jünger, ne, von den Amani, wenn ich mich nicht irre, die wieder diese alten Geister quasi anrufen und die sind ja nicht weg, ne. Wir haben ja auch nur so die Propheten-Heinis weggehauen, deswegen mal schauen, ob da noch was kommt oder auch nicht. Liebe Leute, jetzt gibt's hier erstmal schön auf den Nüschel, ne, ich will's nicht sagen auf den Sack, aber schon, für diese miese Naga-Hexe. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo man jetzt schauen muss, und das ist natürlich auch eine Frage, die ihr sehr gern stellt und die wir auch im Lore-Talk nicht eindeutig beantworten können und dass wir was heißen, weil da hangeln wir uns ja an Aussagen seitens Blizzard entlang, ne. Nämlich, wie mächtig ist eigentlich so ein Lore? Ne, und das beste Beispiel, was wir haben, ist vergleichen mit den wilden Göttern, ja, mit Agamagan, mit Malorn, mit allem, was wir haben, Aviana und Co. Und wir sehen, so ein Lore kann auch, gut, er hat sie zwar gekillt, ne, aber der kann scheitern, ja, gegen den normalen Naga-Hexe. Ja, der kann hier natürlich bestialisch reinholzen, wie unsere wilden Götter im Krieg der Arne und Dämonen um Dämonen schlachten, aber letztendlich kann er eben verkacken, ja. So Archimond gegen Malorn zum Beispiel. Malorn, unser großer weißer Hirsch, ja, der Hüter des Waldes und so weiter und so fort, der wurde halt von Archimond dann einfach, nachdem er auch viele weggemäht hat mit seinem Geweih, wurde der halt einfach von Archi gegriffen und der hat ihm einfach mal mit seinen bloßen Händen das Genick gebrochen, ja. Also so ein Loa ist schon mächtig, aber in Anbetracht vieler Gefahren und Mächte, die wir jetzt auch so nicht mal durch Chroniken, Story, Bücher und Co., sondern einfach durch den Gameflow in Form von Endposten und so weiter kennengelernt haben, ist so ein Loa manchmal nichts anderes als so ein Knicklicht vom Katy Perry-Konzert, ne. Den nimmst du, den brichst du auseinander und dann macht's ein lustiges Geräusch und naja, es leuchtet, dann ist dann das Blut, was rumspritzt, aber boy, wenn du jemandem so mächtig das Genick brichst, das Blut überall rumspritzt, ne, dann bist du auf jeden Fall ein Ereda-Prinz, das muss man wohl dazu sagen. Ja, deswegen Kimbull hier, er muss auch aufpassen, ne, er kann sich jetzt nicht hier durch Zeit und Raum stürzen und mit seiner Geistermaske irgendwie die Grenzen der Realität sprengen und alle retten. Der ist mächtig, der ist fucking groß, aber naja, ne, es gibt halt größere, unmächtigere vorne. Und ein Panda, ihr bims, endlich haben meine einstigen Anhänger Frieden gefunden. Ihr habt mir treu gedient, Burbine, schön. Ja, jetzt will er seine alten Fehler quasi mit dem neuen Blut wegmachen, ne, dem er jetzt den Tortolanern hilft und den Naga wieder aber richtig schön den Garaus macht hier. Ich werde den Tortaka meinen Schutz gewähren. In diesem Moment erhebt sich eine Armee der Naga aus den Tiefen und planen, mein Tempel anzugreifen. Die Naga haben ihre letzte verlorene Schlacht wohl sehr schnell vergessen. Sie wollen sich den Ring der Gezeiten zurückholen, ein mächtiges Artefakt, das sie einst als Trophäe mitnahm, nachdem ich Acharas alten Champion mit Pjila besiegt hatte. Es war wieder anders. Ich werde euch als meinen Avatar auf das Schlachtfeld schicken, um die Naga mit fürchterlicher Macht zu vernichten. Sie haben vergessen, was passiert, wenn man meine Anhänger bedroht. Lasst es sie spüren. Schön. Aber auch wieder nicht er selber, ne. Wieder nicht er selber, sondern wir. Jetzt darf ich mit dir reden, alles klar. Schick mich auf das Schlachtfeld als sein Avatar, als eine lila Wolke, als Arcan-Beschuss von einem Magier. Toll, liebe Leute. Die Torkaka, Tortolana, Mann. Die heißen Tortolana und der Clan heißt Tortaka. Und alter, na, Logo muss auf jeden Fall sterben. Das ist das Wichtigste. So, wir haben Fähigkeiten. Wir können sprinten. Wir können ja so, bam, mit der Klaue dashen, Prang-Ip nach vorne. Und der Kommandant, der hat hier überhaupt nichts zu melden, Mann. Bam, wir als Kitzekätzchen. Man kennt das, kann ja auch die Flussfähr... Oh, sorry, bisschen Schwund ist immer, ne. Grüße an Escobar an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, ob der Lore-Talk schon kam, Freunde. Aber im nächsten Lore-Talk auch nie fährt Lore. Ja, endlich. Viele von euch haben es sich gewünscht. Und ich muss es sagen, während wir intuitiv Nagerschlachten, liebe Leute, aktuell gemeinsame Projekte, sei es der Lore-Talk, sei es CWO-Woche, sei es... Ja, mehr habe ich gar nicht. Aber es ist alles sehr angenehm. Kennt ihr so richtig Männerplanung? So richtig, man kennt ja die Memes so, ne. Frauen-Silvester-Planungsgruppe versus Männer. Das Ding ist, das ist halt einfach fucking wirklich so. So, irgendwie, wenn der Onkel Barlow jetzt sagt, so, wir können heute nicht, wie sieht's morgen aus? Kein Problem, wenn ich was habe, ne. So, kein Problem, man legt das, wie es passt, Bolias sowieso, ne. Abends nach dem Raid, zwei Minuten, morgen, Themenzettel, Easter, wann nehmen wir auf? Fertig. Letztens mit den Jungs, ne. Keiner was geschrieben seit Monaten in der Gruppe. Ich so, wie sieht's aus mit Silvester? Kriegen wir hin, wer kann Location stellen? Ne, Mr. XY sagt, ich. Und Attacke, fertig ist die Silvester-Planung. Das ist einfach so toll. Das ist einfach so toll, ja. Ich liebe auch alle in meiner Familie. Könnte ich mit meiner Cousine trotzdem nie so machen. Wisst ihr, was ich meine? Einwandfrei. So. Ja. Muss man sich geben, ne. Der Kommandant, der ist so wack. Ich erzähle hier über irgendwelche Memes und Silvester-Planungen. Unterschiedliche, weiß ich nicht, Aufnahme-Planungen mit Männern und Frauen, ne. Und wir natzen den trotzdem, ey. Also da muss Adjara mal über ihre Führungsriege nachdenken. Ja, so ja nun gar nicht. Zorn des Siegers, ihr habt euch tapfer gegen die Naga geschlagen und meinen Tempel verteidigt. Von diesem Tag an seid ihr ein geehrter Gast in meinem Tempel. Ja, es ist auch sehr angenehm hier, ne. Riesiger Tiger, der ständig gähnt und droht dich zu verschlägen. Irgendwelche maden Trollgeister, ein paar Fackeln mit blauem Licht. Und hier vorne, ne. Hier vorne, ne mades Schildkröte. Da, noch eine. Super. Geil. Wir haben einen Umhang und wir haben eine... Oh, da hab ich noch ne Epic-Hose an. Leute, was ist da denn los? Ihr habt euch als mein Avatar, den Naga, gestellt und im Angriff auf meinen Tempel ein Ende gesetzt. Ja. Ich kann die Tautaka jetzt als Anhänger akzeptieren. In diesem Tempel wird ihr Stamm immer einen sicheren Zufluchtsort haben. Das ist schön. Oder? Vor allem letzte Quest hier in Voldun und wir haben auch noch die Schildkröten gesichert. Wenn das nicht geil ist, dann kann ich euch auch nicht helfen. Birbine. Birbine legt erstmal die Hose an, weil ich es sonst vergiss. Sehr schön. Ihr habt euch meinen Segen als würdig erwiesen. Wenn ich mich nun als Loa erwählt, also wenn ihr mich nun als Loa erwählt, könnt ihr meine Macht nutzen, wann immer ihr sie braucht. Halte Zwiesprache an meinem Schein, sobald ihr euch entschieden habt. Wisset, dass egal, wie ihr euch auch entscheiden mögt, ihr in diesen Mauern immer ein willkommener Gast sein werdet. Es gibt bei so vielen Erfolg, liebe Leute. Denkt da dran, vielleicht beim Level nächstes Mal, wenn euch ein Twink durchboxt, wo ihr euch vor allen Loa, den man begegnet, so verbeugen müsst. Fragt mich nicht, wie der heißt. Wir gucken mal ganz kurz, ob wir den jetzt sofort finden. BFA. Was ist das hier? Verfluchte Jagd? Nee, aber das ist, also das existiert. Ne, no joke. Da muss man sich vor allen fucking Loa irgendwie verbeugen. Ne, und ich denke da überhaupt immer nicht dran. Ich habe jetzt, keine Ahnung, 13 Chars oder so oben und habe diesen fucking Erfolg immer noch nicht, weißt du. Ja, also Ehrenmann, wer da künftig dran denkt, ne, der kann ja mal durch Zandala reiten und sich vor allen Loa verbeugen. Have fun, boys. Ne, also Content, Leute. Content. Was haben wir denn für einen Segen? Chance, bei Angriffen Kimbuls Verwundung hervorzurufen. Effektion einmal alle 60 Sekunden auftretbar, verursacht alle eine Sekunde 5000 Schaden. Ja, kann man, also alle eine Sekunde als Beluchungseffekt ist schon, das ist schon lässig. Ne, ihr habt also eure Wahl getroffen. Falls ihr euch eines Tages anders entscheiden solltet, könnt ihr jederzeit am Schrein eines beliebigen Loa Siehsprache halten und seinen Segen erhalten. Jawohl. Ja, Freunde. Das war's ja heute mit Voldun, wenn ihr mich nicht irre. Oder haben wir noch was? Ich glaube, wir haben ganz Voldun. Bis auf die Dungeon-Quest, ne, und hier unten dieser Scheiß mit Aschenwind. Den haben wir nicht gemacht, aber das ist wirklich... Ne, das ist, da verpassen wir auch nichts, wisst ihr. Das ist einfach so, das ist einfach müllig. So, da bist du eigentlich nur damit beschäftigt, mad zu sein und irgendwie zu vermeiden, dir in die Hose zu scheißen vor Wut. Weil da die Mops einfach, die rennen rum, die holen Hilfe, die werfen so eine Rauchbomben, wo jeder Angriff verfehlt. Und das ist einfach mega kacke. Das ist einfach... Ne, das muss wirklich überhaupt nicht sein, liebe Leute. Das heißt, wir können uns jetzt die nächste Zone aussuchen und ich würde sagen... Ja, was machen wir denn? Ich muss husten, ich bin krank. Oh Gott, ich raste aus. Es tut mir leid. Wir machen einfach... Durst war... Ja, nee, Nazmir würde ich sagen, oder? Ja, wir gehen schön nach Nazmir rüber, einwandfrei. Hier war doch gerade auch noch ein Kraut. Wobei, ihr kennt solche Zonen. Ja, es geht schon weiter. Nee, das hole ich gar nicht erst. Wir porten uns und machen uns dann auf den Weg nach Nazmir, Freunde. Neue Zone, neues Glück. Das war ja heute Finale in Vol'dun. Und ich finde, es ist ein schönes Finale. Es war jetzt auch ein Transmog-zerstörendes Finale, aber es war ein sehr herzliches, oder? Es war jetzt nichts mit Main-Story-Ende hier von wegen Schlangen und Krieg und Tempel, sondern schön. Ja, auch ein bisschen was aufgebaut, ein bisschen Zivilisation gesichert und so weiter. Und das ist doch auch mal was Schönes, liebe Leute. So, wie schaut's denn aus bei Bane? Die Horde informieren. Ich werde Jungte Fürsten sofort über Aktivitäten in Vol'dun informieren. Sie wird wissen, wie wir am sinnvollsten gegen diese neue Bedrohung vorgehen können. Ja, Silvanas hat bestimmt nichts anderes zu tun. Ach, Bane. Bane ist schon ein guter, oder? Ich mag das Modell einfach. Ich mag das mit den Totems. Ich mag seinen mächtigen Kolben. Und ich mag die Adler auf seinen Knieschützern. Auf seinen Knieschützern. Der hat noch welche. Drunter, Obacht, ist geboten. Nazmir, der verbotene Sumpf, Freunde. Sumpf mit N. Der Sumpf. Man kennt ihn. Die Blutrolle im verfluchten Sumpf von Nazmir drohen... Das ist falsch geschrieben hier, ne? Drohen ganz Zuldazar zu zerstören. Prinzessin Talanji bittet die Horde, sie bei einer Expedition zu unterstützen, um die Blutrolle empfindlich zu treffen. Und die Bedrohung für Zuldazar so zu beenden. Mit Talanji sind wir unterwegs, ne? Weil Papa und der Rat hören wieder nicht auf die Junge. Ne, es ist wieder Sab. Der Sumpf von Nazmir ist zweifellos die größte Gefahr für mein Volk. Ich freue mich, dass ihr euch entschlossen habt, mir zur Seite zu stehen. Wir müssen die Blutrolle in Nazmir-ähnlichen Ende bereiten. Blutrollen Ende bereiten. Ich kann nicht mehr lesen. Wir machen die einfach platter, Talanji. Ich treffe euch dort. Wir müssen den Blutrollen Ende bereiten. Ja, red einfach deinen Quest-Dialog nochmal runter. Macht überhaupt nichts. Überhaupt kein Problem. Guck mal im Handelschat. Der verkauft ein Platinerz. King, oder? Richtiger, was bist du hier? Der Metzger, oder was? Cooler Typ auf jeden Fall. Ja, das ist der Boss, ne? Verkaufe mein Herz, oder? Das ist jetzt sad, oder? Shadowfroggy, du bist aber nicht von uns, oder? Ne. Masselschmiede. Naja, close enough. Close enough. So, mit Rohkarn. Klar. Genug gelabert, Schwester. Wir haben Befehle von der Prinzessin. Genug gelabert. Was? Ja, Hallöchen. Demon Hunter. Wir beginnen, seid ihr bereit, einen Verfluchten Sunft zu betreten? Die sprechen das alle falsch aus. So, die Orle hat Prinzessin Talanji versprochen, dass sie uns um diese Blutrolle in Nazmi kümmern, bevor sie Soldaza angreifen können. Ja, dann würde ich sagen, Rohkarn, wir brechen einfach mal auf, oder? Ja, wir gucken uns das an, Degi, kein Problem. Ja, er hatte irgendwie im Gedächtnis, dass wir jetzt nicht alleine fliegen, aber hell, fuck it, why not? Hierbei ist wer in diesem schönen Tempel, der mehr oder weniger auch immer noch zur Hauptstadt gehört, ein sehr ähnlicher Aufbau auch, abgesehen von dem Siegel, was ja auch nicht ganz so unwichtig ist. Da sind auch die ganzen Loa-Schreine drin, ne? Das heißt, wer jetzt sagt, hey, ich hätte wirklich gern ständig diesen 20-minütigen Loa-Buff und rennen dafür in diesen Hauptstadt-Tempel rein und allein für Hinweg und Rausweg brauche ich länger als der Buff hält, der kann sich da immer so einen Loa-Buff holen. Cool, ne? Noch jemand, der nach Nazmi will, glaubt mir, ihr kommt nicht zurück, dem werden wir es aber zeigen, ne? Dem werden wir es zeigen. Und Nazmi ist auch wieder viel mit Loa, ist mit Bonsamdi, ist mit den Blutrollen, ist mit Hirig und so weiter und so fort, auch viele Konsorten, die wir kennen. Seid ihr irre, wir können unsere Position nicht verlassen. Wir haben gerade die Prinzessin gesehen. Ach, die reitet schon vor, ne? Und? Sie ist mit den anderen Irren unterwegs nach Nazmi, ja, Prinzessin Talanji kommt nicht zurück. Toll. Ich sage, wir sollten hier abhauen und uns der Flotte anschließen, wir sind hier draußen nur noch Kanonenfutter für die Blutrolle. Es ist aber nicht sehr gute Motivation hier bei ihren Soldaten. Wir bleiben hier und warten drauf, dass Prinzessin Talanji zurückkommt. Ich werde meinen Posten nicht verlassen und ihr solltet das auch nicht tun. So, oder? Dat is man, Mr. Soldat, Sir. Oder? Ich salutiere geistig natürlich, ne? Und diese Brücke, liebe Leute, Freunde der Mad Moments werden sie kennen. Die hat mir so oft bei meinen größeren Rassen die Spiele das Genick gebrochen, weil du kommst durch keine dieser Halterungen hier durch oder dieser, was auch immer es sein soll, Alter, Brückengeländer, Seilstützen, da kommst du einfach nicht durch als Taurer auf einem etwas größeren Mount. Und natürlich bin ich auch Freund von etwas größeren Mounts, oder? It is alles. Es ist nicht schön. Hi. Wir dürfen nichts überstürzen. Wir müssen die Gegend erkunden und einen Plan schmieden. So. Euer Rat ist weise, Roka. Doch die Zeit für Taten ist gekommen. Die Blutrolle müssen aufgehalten werden. Ach. Ganz ruhig. Guck mal hier erstmal. Ich wäre hier schon tot, wenn ich das betreten hätte, ne? Sumpf, guckt euch die Viecher an. Die stechen mich einmal. Ich bin einfach tot. Das ist wirklich gar nicht cool. Hier gibt es noch diese Frösche. Ich hätte davon echt gerne mal... Wollen wir mal ein Pad bitte machen? Vielleicht ist das selten. Pass auf. Ne, die sind alle... Die sind alle nicht selten und ihr habt die alle schon. Schade. Aber hier kann man diese bunten Frösche fangen, ne? Direkt, wenn ihr Nasimir reinreitet, dann habt ihr direkt eine Auswahl an verschiedenen wunderschönen bunten Fröschen, die von dieser Schattenjägerin abgeleckt werden oder so. Ich weiß es nicht. Gut. Liebe Leute. Wir sind angekommen in Nasimir Zonenwechsel und Finale von Voldu und Issa. Wir haben eine schöne neue Hose, die mein Mock in keinster Weise... Stört. Ist das eine Plattenhose mit einem Rock drüber? Oder ist das der Gürtel, Alter? Das ist doch nicht unser Gürtel, oder? Das ist doch so ein Überrock. Ja, das finde ich ein bisschen gay. Das... Oder? Also... Hä? Das tragen doch nicht mal die Weiben... Warum muss ich denn jetzt einen Rock tragen? Das... Hä? Das finde ich echt nicht cool. Das... Das finde ich wirklich nicht cool. Aber gut. Äh... Ja. Warum nicht, Freunde? Dann werden wir im nächsten Part loslegen. In Nasimir. Im verbotenen Sumpf. Und ja, bis dahin verabschiede ich mich von euch. Haut rein. Ciao, ho. Das ist ja, bis jetzt. Das war's. Aber wir sind ja, bis jetzt. Aus. Das ist ja, bis jetzt. Vielen Dank.